Hallo ihr Hübschen, ich habe euch ja versprochen, dass ich heute meinen 100 Abonnenten Contest abdrehe. Ich habe jetzt mittlerweile sogar schon über 120, da freue ich mich echt wahnsinnig doll. Ich danke nochmal wirklich allen Abonnenten, die ich habe, alle lieben Kommentare, die ich jeden Tag erhalte, ja, allen Zuspruch, den ich für meine Videos mache. Ja, ich freue mich darüber und ich muss auch ehrlich sagen, das motiviert mich sehr, auch noch weitere Videos zu machen. Dadurch macht dieses ganze Hobby YouTube ja auch erst wirklich Spaß und dass die ganze Arbeit, die dahinter steckt, mit dem Schneiden, mit dem Hochladen, was ja auch wirklich viele Stunden braucht pro Video, dass ihr das wirklich zu schätzen ist. Das finde ich ganz toll. Ja, deswegen wollte ich mich bei euch bedanken und einen kleinen Contest starten. Ich habe vor, diesen Contest in zwei Teile zu teilen. Und zwar zum einen möchte ich einen Contest für Kommentare bewerten. Da habe ich zwei Preise. Ich würde euch bitten, einfach nur, ja, irgendwas Liebes zu schreiben, irgendwas Kreatives, ja, einfach irgendetwas in die Kommentare, was mich freut. Und dann werde ich das auslosen, wer diese zwei Preise gewinnt. Und das möchte ich euch jetzt erst mal zeigen. Und zwar einmal ist der Preis ein Quattro von Alverde. Ich habe das in meinem Tweetkalender, also ich twittere ja auch und Alverde hat einen Tweetkalender gehabt. Das habe ich in meinem, ja, am 3. Dezember hatte ich das gewonnen und möchte das aber gerne mit euch teilen, diese Gewinner. Ich habe aber auch noch etwas selber gekauft. Also denkt nicht, dass komplett alles jetzt von dem Tweetkalender ist. Und zwar zum einen ist das das Quattro von Alverde, das ist die 318 Katrin, seht ihr das überhaupt? Ja, hier, 318 Katrin und ist aus der My Best Friend LE. Da drin sind, hier ist ein kleiner Spiegel, dann ist hier ein Applikator und diese vier wunderschönen Farben. Also, so ein heller Ton zum Highlighten und so drei verschiedene Blautöne. Ich finde, der ist auch so ein, es hat einen gleichgrünlichen Stich. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kamera so gut auffängt. Auf jeden Fall, dieses Quattro bekommt ihr. Dann noch einen, auch aus der My Best Friend LE, ein Gel Eyeliner, der heißt Liliana. Seht ihr das? Das ist mal eine ganz außergewöhnliche Farbe. Finde ich total schön. Und dazu noch von Alverde so ein Pinsel, wo ihr den Gel Eyeliner auftragen könnt. Und so ein Pin von Alverde. Das ist ein Preis. Und dann, den zweiten Preis für die Kommentare ist auch ein Quattro von Alverde. Das heißt Mareike. Das ist hier mit so einem rosa Ton, mit einem Highlighter auch. Ja, das ist so ein dunkles Blau-Grün und so ein helles Blau. Dann auch ein Gel Eyeliner. Und zwar heißt der Sunny. Den finde ich richtig, richtig schön. Das ist auch von dieser My Best Friend LE. Eigentlich, ja, das Schmuckstück, finde ich persönlich. Also, das mag ich am allermeisten von der Farbe her. Dann auch ein Pin von Alverde. Und das habe ich besorgt. Das fand ich so toll. Ich wusste einfach sofort, dass ich das gerne zur Verlosung mitnehmen möchte. Und zwar ist das von P2. Das ist ein Armband. Ist von 321 Ready. Steht da drauf. Das wird in so einem kleinen süßen Säckchen mitgeliefert. Ich mache das mal auf. und zeige euch das. Ich habe mir so überlegt, ob ich das Armband mir selber nochmal kaufe, weil ich das so toll finde. Dieses Armband hat so hellere Kugeln hier. So wie auch lilaner. Und hier auch so wunderschöne Blumen dran. Auch passend mit einem lilanen Stein in der Mitte. Und das finde ich so wunderschön. Das kann man auch wirklich im Alltag tragen oder auch um ein Outfit perfekt zu gestalten. Also das möchte ich euch gerne als Kommentarpreise geben. Und dann zu meinem zweiten Kontist. Ich habe ja gesagt, ich teile das in zwei Teile allen. Das zweite, was ich gerne haben möchte, ist ein Look, den ihr für mich schminkt. Und zwar irgendwie habe ich den Winter langsam satt. Die Kälte und so weiter. Und ich freue mich so verdammt auf den Frühling schon wieder. Und deswegen möchte ich, dass ihr mir ein Frühlingslook schminkt. Ihr müsst, wenn ihr da keine Lust drauf habt, nicht zeigen, wie ihr das schminkt. Sondern ihr könnt auch das Endprodukt dann gleich zeigen. Oder wenn ihr nicht möchtet, dass das hier öffentlich gezeigt wird, könnt ihr mir auch einfach ein Bild als E-Mail schicken. Ich werde in die Infobox einfach nochmal meine E-Mail-Adresse reinschreiben. Und ja, also ihr könnt in irgendeiner Form entweder ein Video drehen oder wenn ihr verschiedene Fotos in eine Diashow packt und das hochladet. Oder halt ein Foto per E-Mail mir schicken. Und zwar mit eurem Frühlingslook. Das würde mich am allermeisten interessieren. Und dieser Contest, den möchte ich zwei Wochen laufen lassen. Also bis Sonntag. Oh Gott, jetzt habe ich gar keinen Kalender gerade da. Ich poste nochmal das Datum unten in die Infobox. Auf jeden Fall so heute in zwei Wochen um 23.59 Uhr ein Mitter-Contest. Und jetzt seid ihr bestimmt auch gespannt, was ihr gewinnen könnt. Und zwar dachte ich mir so. In letzter Zeit, ja, habe ich MACs so lieben gelernt. Und deswegen möchte ich euch einen MAC-Lidschatten nach eurer Wahl schenken. Und zwar entweder ein Refill, wenn ihr eine MAC-Palette habt. Oder wenn ihr keine habt, dann in so einem Döschen. Halt ein MAC-Lidschatten nach eurer Wahl. Ihr könnt entweder dann in einem MAC-Store, wenn ihr das in der Nähe habt, gucken, was ihr gerne haben möchtet für eine Farbe. Oder dann im Internet. Da sind die Farben auch sehr gut beschrieben, finde ich. Und ja, das möchte ich euch gerne schenken. Das ist es auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, wenn ihr da mitmacht. Vielleicht auch bei dem Frühlingslook. Das würde mich einfach sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr mögt die Preise, die ihr gewinnen könnt. Und ja, und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video, auf eure Kommentare, auf die Videoantworten, auf die E-Mails, wenn ihr das, wie gesagt, nicht öffentlich machen wollt. Und ja, ich habe euch wirklich alle ganz doll lieb. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ne? Tschüss! Und wir sehen uns bald wieder.